Hi, ich bin Thorben Biber vom Fliesenhäuptling, der Gründer vom Fliesenhäuptling. Wir sind die Experten für den Bereich XXL Fliesenverlegung und für die Komplettbadsanierung. Wir planen, wir koordinieren und wir reagieren auf jedes Anliegen, was Sie haben. Die Koordination erfolgt über alle Handwerker, die Sie für Ihr Badezimmerprojekt brauchen. Wir sind kein klassischer Fliesenlegerbetrieb, sondern wir sind der Experte für die Fliesenverlegung im Badezimmer und für die Großformatverlegung. Wir sind der richtige Ansprechpartner für Ihr Umbauprojekt.